Hier in der Stadt Salzburg hat sich gestern Abend eine fürchterliche Tragödie ereignet. Eine 42-jährige Mutter hatte ihre 8-jährige Tochter ermordet. Wie es dazu kam und was genau gestern Abend passiert ist, wird uns jetzt der Sprecher des Landespolizeidirektions Salzburg, Hans Wolfgruber, erklären. Herr Wolfgruber, was weiß man schon über diesen Vorfall? Am gestrigen Abend hat eine 42-jährige Salzburgerin in der Stadt Salzburg aus noch unbekannten Gründen ihre 8-jährige Tochter getötet und im Anschluss versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Weiß man schon etwas, wie wurde die 8-jährige getötet? Wie die 8-jährige zu Tode kam, wird letztendlich die Obduktion zeigen, die gerichtlich angeordnet wurde und deren Ergebnis wird entweder im Laufe des heutigen Tages oder zumindest zeitnah bekommen werden. Die Mutter hat nachher versucht, sich selbst das Leben zu nehmen nach dieser Tat. Weiß man etwas, was sie da gemacht hat, was da passiert ist? Die Mutter hat nach den Taten versucht, über Notruf die Polizei zu verständigen bzw. hat über Notruf die Polizei verständigt und zum näheren Tathergang bzw. zum Suizidversuch können wir aus Schutzgründen keine detaillierten Angaben machen. Die Rettungsorganisationen, die ja auch vor Ort waren, hatten nachher die Mutter wieder reanimiert und sie konnte überlegen, sie liegt jetzt, soweit wir wissen, in einem Salzburger Krankenhaus und wird dort von der Polizei bewacht. Wie gehen die Ermittlungen jetzt weiter vor? Die Frau wurde natürlich aufgrund des Mordverdachtes festgenommen und wird im Krankenhaus von der Polizei bewacht. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Salzburg insbesondere zum Tathergang und zum Motiv. Ja, wie gesagt, das die aktuellsten Meldungen hier aus der Stadt Salzburg, wo leider Gottes ein 8-jähriges Mädchen durch die eigene Mutter zu Tod kam. Wir bleiben natürlich an diesem Thema dran, soweit hier aus Salzburg zurück ins Studio nach Wien.